Moin allerseits und willkommen zurück zum Mechrunner. Ja, und mal schauen, wie ich jetzt hier dieses komische Rätsel lösen tue. Drei von diesen ollen Würfeln habe ich ja hier schon. Da fehlt nur noch der vierte, den ich mal da oben vermute. Oder? Ja, doch, müsste, denke ich mir mal sein. Allerdings, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Na, hallo, ja, das da drauf packe. Kontroll auf, nicht vergessen. Oh, Mann. Nur weil ich ja Dinge auf dem Tisch rumliegen habe, tut es jedes Mal da rumvibrieren wie bekloppt und lässt sich dann irgendwelche Töne von sich geben. Äh, was hat das? Ach so, das hat das hier irgendwie, äh, was, äh, okay. Und nun? Ich sehe da oben keine Plattform, aber ich schätze mal, da wird wohl eine sein. Und was macht dann das hier? Äh, ich wollte schon sagen, irgendwas hat mich doch gerade nach oben geschoben. Kannst du mal da bleiben? Du sollst da bleiben. Was suchst du überhaupt bewirken? Allen Anschein nach gerade gar nichts. Verdammt. Das kann ich hier nicht anvisieren mit dem Zeugs. Habe ich da hier da irgendwas? Ah. Ach so, das ist ein Aufzug. Warum sagt... Ach, hier ist auch einer. Okay, cool. Jetzt habe ich schon mal drei Würfel, das ist gut. Warte mal. Und hier? Ach so, noch ein Weg, cool, danke. Warte mal. Das wird nicht funktionieren. Ja, weil ich zu lahmarschig bin. Dann stelle ich die Dinger einfach mal hier, weil irgendwas müssen die doch machen. Ach, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh. Dax, Dax, Dax Ward. Dax, was ist passiert da unten? Ich habe gehört, dass einer der Madrunner verletzt wurde. Ich weiß nicht, Frau Shin. Ja, jemand wurde verletzt, aber ich habe auch einiges von... Mr. Ward, bitte verletzt die Runde, bis wir die Situation haben, bis wir die Situation haben. Frau Shin, bitte verletzt in die Mediastung. Ja, verletzt. Das ist noch mild ausgedrückt. So, warte mal. Ey, schieb mich hier nicht ab. Und was mache ich jetzt mit den Eulenwürfeln? Ich muss damit auch irgendwas... machen? Ich weiß aber nicht, warum ich den da wegkatapultieren soll. Ach so. Äh. Ich dachte jetzt eigentlich, dann komme ich da oben drauf, aber äh... Oh, jetzt sagt mir nicht, ich hätte in dem Moment springen sollen. Jetzt sagt mir nicht, ich hätte... Ah ne, ich habe nichts gesagt. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass ja hier die Rampe noch ist. Ach, ich Idiot. Ja. Das Ding da und äh... Nein, hallo, äh... So. Ist das Ding aus? Ja, das Ding ist aus. Gut, dann tut es keine Probleme da unten machen. Was, habe ich da hinten? Ausgang oder was? Warum wirst du angezogen, weil der da keine magnetische Aufladung hat? Hä? Ist wirklich der Ausgang, okay. Schon wieder im Aufzug? Äh, okay. Ja, hoffentlich. Oh, komisch hell hier. Äh. Irgendwas sagt mir, dass ich diesen Ausgang da hinten nicht mehr benutzen kann. Komaji, ich bin in der Mitte. Ich muss hier einen anderen Weg finden. Ich bin in der Mitte. Dax, Power und Networks all across the city sind raus. Whatever hit, dass Gruquesburg-Fazilität irgendwie spreader ist. Ich bin auf dem Generator. Ich habe managed to keep our system hidden. Ich habe ein paar spezielle Modifikationen in deinem Magglove. Ich werde den Dataprojektor transmitieren. Dann halt so. Okay, cool. Äh, deine Aufladung ist mal weg. Jetzt fliegst du mir gleich schon wohin, bevor ich überhaupt druck bin. Oh, und du? Was habe ich hier? Ich habe hier gar nichts. Das ist toll. Äh. Weißt du, was mache ich denn jetzt hier oben? Ich bin hier irgendwo und habe kein Schimmer, was ich hier machen soll. Hä? Ich meine, okay. Ich meine, ich habe jetzt hier noch einen zweiten Würfel, aber was mache ich damit? Ist hier irgendetwas, was ich hier komplett übersehe? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich hier in irgendwelchen Rätselspielen oder generellen Spielen irgendwie total irgendwas übersehe. Nee, die Tür ist noch zu. So wie ich das richtig gerade gesehen habe. Hä? Hä? Das kapiere ich gerade nicht. Ich schmeiße einfach mal die beiden Würfel runter. Oh, mehr haben wir hier aber nicht. Achso, warte mal, da unten ist was. Achso, da kann ich aber gar nicht hin. Da kann ich gar nicht hin. Hier haben wir eine sehr eigenartige... Ja, Röhre oder Lampe, eins zum beiden. Aber da oben geht es gar nicht weiter. Das ist einfach nur jetzt ein halber Weg, der irgendwie zu Ende geht. Und hier haben wir auch gar nichts, wa? Nee. Hä? Dann schnalle ich nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Warte mal, ich kann doch jetzt gar nicht... Ja, vor allen Dingen, da oben ist... Ach, warte mal, da oben. Da oben könnte es theoretisch lang gehen. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Weil ich glaube, den Würfel kann ich jetzt gerade, glaube ich, sowieso irgendwie mir abschminken, oder? Äh, fast. Na, super. Aber hier komme ich ja nirgendwo hoch. Hm. Das ist jetzt komisch. Wie mache ich das? Da könnte es theoretisch hingehen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Hm. Oh. Oh. Warte mal. Beides grün und dann das andere rot. Ich bin zwar mir überhaupt nicht sicher, aber vielleicht... Äh, wups. Ja, so in der Art. Und mal schauen, ob das funktioniert. Äh, das war grün. Geht doch. Cool. Wo komme ich jetzt hier hin? Spricht mich gleich Gelados oder so an. Oh, hier geht es auch runter. Da war jetzt allen Ernstes ein Ladescreen. Okay. Kann ich wieder zurück? Kann ich hier wieder raus? Ich, äh, ich möchte hier, äh... Hallo. Teleporter. Gamaji, Dingsbums, äh, sechs Arme. Hol mich mal raus. Trink weniger Kaffee. Ich will hier raus. Oh, hier geht es aber sehr weit runter. Oh. Äh, 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 bleib mal hier. Erstmal muss ich hier drauf. Und jetzt? Ah, geht ja. Ganz andersrum. Grün. Ich glaube, langsam wird es hier echt interessant mit dem Spiel. Ich habe, glaube ich, mein Tutorial abgeschlossen. So schön. Äh, äh, äh. Muss ich da lang? Ich glaube, ja. Da ist eine Tür. Sieht super komisch aus. Äh, äh, rot. Dann lass mich mal hier drauf. Du zieh mich mal an. Nee, andersrum. Äh, so. Wo geht es denn hier lang? In diesen doch etwas verworrenen Plattformen. Spiel. Äh, was? Lass mich los. Ach so, wie soll ich das denn hinkriegen? Äh, okay. Ich glaube, wenn ich da runterfallen tue, bin ich weg vom Fenster. Äh, hat mal jemand daran gedacht, wie ich das Ding benutzen soll? Hä? Ja, super. Jetzt ist das andere Ding hier auch weg. Äh. Egal. Ich spring einfach mal runter. Ob das so eine gute Idee war, ich glaube gerade nicht. Denn ich bezweifle es gerade so ziemlichst. Hä? Hä? Das ist hier eine Sackgasse. Nein, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehl- Fehler. Also das war ja jetzt gerade ein etwas, ähm, plötzliches Ende. Aber okay, dafür habe ich diese Plattform wieder. Äh, grün. Ach so. Oh, oh. Oh. Okay. Okay. Ja, okay. Ja. Ja. Mhm. Die Plattform ist schon fast... Nee, gar nicht wahr. Die ist nicht unnötig. Die ist nicht unnötig. Die ist sowas von überhaupt nicht unnötig. Ja, du gehst wieder nach rechts. Du zieh mich mal wieder nach oben. Und ich möchte hier weg. Hi. Oh, geht doch. Da ist das Ding. Ich hole den lieber mal runter. Nur zur Sicherheit. Hm, 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 hm. Oh, da ist er ja. Ich glaube, das war doch gar nicht so schwer. Hab mich nur doof angestellt. Wieder einmal. Das kann nicht die gleichen Umgebung. Wo bin ich? Du bist wahrscheinlich in der Garage von irgendjemandem. Deswegen. Sieht's hier anders so anders aus. Ähm. Kann ich das auch anmalen? Ja, kann ich. Wo bin ich gerade? Okay, ich hänge an der Wand. Das ist, äh, cool. Wozu brauche ich da noch die Kiste? Kann ich dich da? Hallo? Ich möchte dich hochholen. Ich möchte dich hochholen. Na, super, jetzt bin ich wieder unten. Äh, deh, 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 deh. Okay, du bist noch nicht angemalt. Das ist gut. Mann, bist du aber lahmarschig. Aber dafür sollte jetzt das Teil nicht mehr runterfallen. Aber erstmal tue ich das ohne Aufladung haben, damit's besser ist. Genau, so hab ich den Würfel nämlich hier oben. Soviel zu dem Thema. Dich packe ich jetzt lieber mal nicht an. Wo muss ich denn jetzt mit dir hin? Hä? Da oben ist doch gar nichts. Kannst du irgendwie nach oben, wenn ich dich jetzt dann nach... Dorthin... Hi, stimmt, kann ich gar nicht. Warte mal. Äh, warum? Warum gehst du jetzt nicht nach links? Hallo? Achso, wegen dem roten hier. Äh, hallo? Stößt dich nach oben ab. Ach, warte mal. Das andere kann ich hochziehen. Äh, okay. Wie mach ich dat denn dann? Brauche ich den Würfel für irgendwas Bestimmtes? Brauche ich den, um den da unten drunter zu legen? Ah, wie tue ich den unten drunter legen, wenn ich jetzt hier oben bin? Ist das da oben der Ausgang? Ich kann's nicht sehen. Wie mach ich das? Hä, 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 hä... Hä, 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 hä. Hm. Hm. Nein. Doch, theoretisch vielleicht schon. äh, warte, warte so Gott, bist du lahmarschig du kannst aus nein, du kannst grün grün, grün ne doch, also doch so, wie ich gedacht hab nur, ja, ich hab lang gebraucht, um wirklich daran zu denken, ob das wirklich geht ist der denn hier was machst du was ist das Ort? ein Lab? sieht aus, dass etwas erlacht hat Gamaji, kannst du das sehen? die Schrift auf den Wänden? ich sehe das hier, aber da steht da Death, Cthulhu, our God will soon appear äh, scha- ich kann's nicht weiterlesen ich kann's nicht wirklich weiterlesen äh wo soll denn hier ein Würfel sein? wo soll denn hier überhaupt irgendwas sein? ich, äh, hä? achso, wie soll ich denn an den da rankommen? äh ja, geil achso, warte kann ich das hier wieder hochholen? wobei, warte mal nein, das Ding ist nicht mehr aktiv super, achso, da oben kann ich mich damit hochziehen? ich hoffe doch mal sehr oder so so ist auch okay hab ich kein Problem mit dass das so ist ähm hm hat sich was getan? ist die Tür hier da einfach aufgegangen? da ist irgendeine Plattform ich muss das Ding warte mal kann ich das da jetzt schon okay, das ruht runter achso, warte mal äh, 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 ich hab mal nachgedacht ausnahmsweise ist das auch so ein explosives Ding sieht jetzt nicht so danach aus dich packe ich jetzt wohin? packe ich dich da hin? offenbar nicht hm hm ne, du bist glaub ich unnötig die brauch ich glaub ich geht's gar nicht mehr aber wie komm ich denn jetzt dann nach da oben okay, wobei doch da oben muss ich hin damit ich dann das da holen kann aber wie krieg ich das hin dass ich jetzt da irgendwas dagegen schmeiß man, das hier rutscht ja sofort runter mäh oder kann ich hier hoch? ah, ich kann hier hoch okay ne, ich komm aber nicht weiter hoch verdammt heißt das, da hast du schon so eine komische mechanische Hand aber dann kannst du nicht hochklettern ach, warte mal kann ich das durchdrücken? ja, so halbwegs ist auch noch ein Löffel? nein da ist keiner mehr bleib mal hier brauche ich dich noch für irgendwas? ich hab keine Ahnung ist jetzt unten drunter? ich hab schon was ist das denn hier für eine Konsole? okay, ich hab die Tür geöffnet das ist auch schon mal nice und dahinter schaut's aus als hätte ich da die Kanonisation irgendwie äh ach so dafür brauche ich einen Würfel ist der Würfel wo ist der Würfel? hallo? Würfel Würfel wo ist mein Brühwürfel? na, da ist er meins war also nicht so schlecht gewesen dass ich den da auch so aufgeladen hab ja hierbleiben jetzt kannst du von mir aus weg ich sag mir nicht da kommt gleich irgendein Monster aus dem Wasser hallo? hab ich hier gerade den oh okay das ist eigenartige Wellen hat was von Götterspeise da ist etwas unten drunter Gimachi? ich bin hier Dax wo bist du? ich bin in einer Gummizelle ich bin in einer Gummizelle geil also war ich in Wirklichkeit wahnsinnig das erklärt alles hallo? ach so, die kann ich auch laden aah okay wieso war ich in diesem komischen Würfel? wo zum Geier bin ich hier? da geht's ja raus das ist tief äh ich bin schon direkt in der nächsten Kammer das ist ja toll Dax ich muss dir etwas erzählen es ist sehr wichtig es geht um deine Eltern nicht jetzt, Gimachi ich muss hier rauskommen ich habe hier gerade ein ganz anderes Problem ich muss hier um mein eigenes Überleben kämpfen äh äh okay ich glaube mit einem von denen muss ich oder ich muss halt mit dem hier kaputt machen kann es sein äh und dann weiß ich nicht wo es weiter geht da oben ist auch noch ein Würfel da hinten was ist das? soll das mir irgendwie sagen dass hier auch noch irgendwie Laser sind muss ich hier auch noch irgendwelche Laser weiterleiten in andere Richtungen okay gut zu wissen falls dem so ist ich glaube ich mache an dieser Stelle jetzt auch erstmal Ende und äh ja mal schauen was beim nächsten Mal kommt was ist das für eine blaue Pampa da unten eigentlich naja was soll's vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal boi boi bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.